2024 ist gerade mal vier Tage alt und es kracht jetzt schon an allen Ecken und Kanten. Es gewittert, es blitzt, es sonnert. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, Titel und Thumbnail, es geht um unser aller, allerliebster Lieblingsstreamer, Nadja. Wir müssen erstmal hier jetzt ganz, ganz in Ruhe anfangen. Ich werde diese Reaction so aufbauen und ich hole euch erstmal ab. Diese Reaction werde ich so aufbauen, dass wir eine Runde im Hintergrund laufen lassen, damit halt irgendwas im Hintergrund läuft. Und ich werde dann euch die ganzen Tweets einblenden, euch erzählen, was gerade überhaupt abgeht, was Phase ist. Denn, ja, große heftige Anschuldigungen sind von Nadjas Seite gegenüber Call of Duty rausgehauen worden. Und viele haben, glaube ich, noch gar nicht mitbekommen, dass sie wieder überhaupt zockt. Also sie hat ja lange, ich sag einfach mal vorsichtig, ihren Content gewechselt. Und sie ist von Gaming dann zu der Plattform mit der blauen Schrift und dem O und dem Buchstaben, mit dem auch ein Schimpfwort losgeht. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich direkt demonetarisiert werde oder das Video gesperrt wird, wenn ich so eine Plattform anspreche. Und für alle, die überhaupt gar keine Ahnung haben, worum es hier gerade geht, ganz kurz abgeholt. Nadja ist eine Warzone-Streamerin, die zu der Rebirth-Peak-Zeit, ja, also als Rebirth-Island total im Hype war, alle das gefeiert haben, alles gespielt haben, wo sie sehr, 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 ja, viral gegangen ist. Wirklich viral. Also ich glaube, sowas gab es kein zweites Mal. Und sie hat halt dann irgendwann, weil sie eine gute Warzone-Spielerin ist, angefangen damit so zu spielen, dass sie cheatet, ja. Also genauso wie, dass ein Vincent quasi macht, ja. Der macht dann TikToks, dass er accused worden ist oder dass er cheatet. Wir machen das ja auch immer bei irgendwelchen Shorts, wenn wir angeblich Streamer bannen, weil wir Kontakte zu Activision haben, was ja Quatsch ist, ne. Wenn wir Spieler bannen, ja, wir Spam-Reporten die einfach nur und wenn die schon öfter reported worden sind, dann werden sie gebannt, ne. Also man spielt einfach manchmal in so Shorts ein bisschen mit der Interaktion der Zuschauer und je mehr Leute kommentieren, desto mehr Leute wird das vorgeschlagen. So funktioniert das ganze System, so funktioniert ein Algorithmus. Und sie hat dieses Game halt perfektioniert. Und falls euch wundert, warum jetzt der Gamesong gerade total leise ist, das ist keine besondere Runde. Ich habe ein bisschen durchgeskippt, was man sich nebenbei angucken kann. Ähm, deswegen achten wir jetzt nicht so krass aufs Gameplay. Einfach so ein bisschen, damit wir was im Hintergrund haben. Und das ist die Vorgeschichte. Also hat sie dann halt immer so damit gespielt, dass sie cheatet. Sie ist aber nicht, sie cheatet aber nicht, hat sie immer gesagt. Sie ist einfach besser als irgendwelche sauren, blöden Kinder, also Männer. Dass Männer damit nicht klarkommen, dass eine Frau besser Call of Duty spielt als sie. Damit hat sie halt immer gespielt und ja, ist dadurch halt unfassbar viral gegangen. Und es gibt halt immer noch super viele Leute, die dafür mal überzeugt sind, dass sie cheatet, dass sie gecheatet hat, wie auch immer. Und das wird jetzt vielen nicht gefallen, ne. Es wird ja dann auch immer ganz schnell gesagt, dass wir, ähm, oder dass man als Streamer auf Nadja steht. Ja, man möchte, man möchte unbedingt mit ihr zusammen sein, wenn man sie verteidigt. Aber wenn man, äh, es gibt viele Clips, die halt auch schon, ja, entlarvt worden sind, dass es halt einfach, Dinge, Dinge passieren halt einfach manchmal. Und nur weil manche Leute nur zwei Stunden in der Woche spielen und sagen, denen ist sowas noch nie passiert, wenn irgendwie die Kamera fliegt oder irgendein Spieler vor denen weglitscht. Dann, dann, äh, dann ist das gleich Proof dafür, dass, äh, geteatet worden ist. So Accounts wie Bad Boy Beam, Call of Shame haben ihre gesamte Existenz um Nadja gebaut. Also die haben, konnten sich selbstständig machen. Das ist so krass, das muss man sich eigentlich mal überlegen. Die konnten sich full selbstständig machen, ähm, indem sie einfach Videos über Nadja gemacht haben. Ah, schade, aber eigentlich nicht schlecht gespielt. Ja, also das ist halt, also ein riesiger Skandal immer gewesen. So, dann kam Warzone 2 raus. Und zu Warzone 2 ist sie halt, ähm, ja, dann mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden. Ich zeige euch das Ganze hier mal, ähm, man sieht das auch an ihrem YouTube-Account. Sie ist auch, sie hat auch sehr an Hype verloren. Man muss natürlich eine Korrelation sehen damit, dass Warzone 2 sehr viel Hype genommen hat, keiner hat mehr Warzone 2 gespielt und sie hat halt kein Gaming mehr gemacht. Ihr seht's hier, ihr Kanal hat, äh, 500.000 Abonnenten fast, 450K, fast eine halbe Million. Und die Videos performen jetzt nicht so krass, ja, also, ähm, hier 7.000 Aufrufe, 8.000 Aufrufe, 6.000 Aufrufe. Hier ist nochmal ein Video, The Best Film in Modern Warfare 3, Player is Back. Dann hat sie wieder angefangen, ein bisschen Warzone zu machen, das hat 33k Aufrufe. Aber sie hat dann versucht, so in diese IRL-Bubble zu kommen. Ja, ihr seht das hier, ähm, der Typ ist, glaub ich, auch gebannt auf Twitch, das ist so ein Kick-Streamer. Das hat auch nicht so ganz funktioniert, ja, und hat halt auch viel Bilder verkauft, Bikini-Bilder verkauft. Sie hat aber nie so richtige, richtige, schlimme Bilder, in Anführungsstrichen, gepostet. Man muss auf YouTube, wenn ihr euch wundert, warum ich so um den heißen Brei herumrede, man muss auf YouTube immer ein bisschen aufpassen, was man sagt, weil es auch so Spracherkennung gibt, dass das Video dann nicht ab 18 gestaltet wird, wenn man halt zu tief in diese Richtung geht. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Drama. Ich muss so ein bisschen die Leute abholen, die ja keine Ahnung haben, wenn viele von euch werden schon überhaupt wissen, wer diese Streamerin ist, was sie gemacht hat. Und die eigentliche krasse Situation, erstmal schreibt in die Kommentare, seid ihr überzeugt, dass Natty gecheatet hat. Ich find's immer, ja, fast witzig, ne, wenn man das jetzt mit einem Biffle vergleicht oder so. Wenn du jetzt, wenn jetzt einer von euch da ist und sagt, ja, sie hat safe gecheatet, cheatet dann für euch ein Biffle auch, weil das muss ja dann eigentlich sein. Also, wenn eine Nattyerin mit ihm, eine Nattyerin, eine Nattyerin mit ihrem Gameplay, was wirklich gut ist, also solid, ja, wenn sie aber cheatet, dann hat ja wirklich jeder an. Dann hat ja wirklich jeder an. Also, das Einzige, was den Rebirth immer gemacht hat, war Slide-Cancel, Simplays, Kamera-Breaken und hin und wieder ein Wurfmesser werfen. Und sie hat halt 10 Stunden am Tag Rebirth gespielt. Wenn man das macht, dann hittet man halt irgendwann mal einen Clip. Das ist so, das ist mein Take dazu. Ja, also ich will nicht wissen, was dann die Leute, die wirklich denken, dass Natty gecheatet hat, so einem Manu sagen, einem Pentagon, einem John, einem Melvin, einem Futzen in Deutschland oder im NA-Bereich auf der ganzen Welt, so einem Biffle, einem Shifty, Hisoka, you name it. Ja, also da müssen ja wirklich alle anhaben. Dann kann man vielleicht auch sein eigenes Gameplay vor einem selber rechtfertigen. Jetzt sind schon wieder die ersten Sauern in der Reaction, ich weiß es schon ganz genau. Aber das musste sein. Das ist nur mein Take dazu. Also sie war eine überdurchschnittlich gute Spielerin, hat aber nur durch Movement alles rausgeholt. Deswegen hat sie Wars in 2 auch kaum gespielt, weil es da kein Movement gab. Jetzt ist wieder Slide-Kerzer zurück, Stim ist wieder zurück. Ihr seht das auch unten rechts in ihrem Loadout. Natürlich spielt sie mit Stim, weil sie so auf ihre Clips gehen kann. Und das ist halt, das ist mein Take dazu. Das ist mein Take dazu. Sie hat nicht gecheatet. Sie ist einfach, sie hat einfach nur mit diesem Cheater-Dasein gespielt. Und hat dadurch profitiert. Das Problem ist jetzt aber, als sie dann angefangen hat... Junge, D-Rock ist in der Lobby, wie wild. Ins Gesicht. Und sie hat dann halt angefangen, Bilder zu verkaufen von sich selber, Bikini-Bilder. Und jetzt hat sie einen Tweet rausgehauen, der auch sehr viral gegangen ist. Und zwar hat sie geschrieben... Beziehungsweise haben auch viele Medien darüber informiert, dass sie geblacklistet wurde von sämtlichen Call-of-Duty-Turnieren. Also hier steht... Twitch-Streamer Nadja claims she has been blacklisted from Call-of-Duty-Tournaments overposting Bikini-Fotos. Das hat sie eins zu eins so tatsächlich getweetet. Hier ist nochmal der originale Tweet oder das originale Bild davon. Completely blacklisted from playing Call-of-Duty-Tournaments. Wie die Leute, die kein Englisch können. Blacklisted bedeutet halt quasi, dass man auf einer schwarzen Liste steht, dass man nicht mehr eingeladen wird. Alles wegen Bikini-Bilder, die sie gepostet hat. Niemals hat sie wirkliche N-A-C-K-T-Bilder gepostet. Aber, und hat das nochmal drauf geschrieben... The guys in the Call-of-Duty-Community can post their bare ASS on Social Media. Hat er darauf bezogen, was auch wirklich stimmt. Ich weiß, viele Leute kotzen dieses Thema an, Gleichberechtigung und so. Aber es ist einfach richtig, es stimmt einfach. Ein Typ kann am Strand einfach ein Bild posten in Boxershort oder meinetwegen sogar in Unterhose. Und das ist kein Problem. Aber wenn eine Dame oder eine Frau Bilder am Strand postet und es geht wirklich nur um diesen einen Vergleich, dann ist das relativ schnell diese Keule geschwungen. Von wegen, ja, die, äh, äh, ne, eine, 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 eine Dame, die ihren Körper verkauft. Ne, diese ganze Geschichte. Das ist einfach so. Da muss man wirklich einfach ehrlich sein. Auch wenn man, wenn man da ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen zurückhaltender ist. Was die Toleranz angeht gegenüber Gleichberechtigung. Selbst die Leute müssen sagen, oh Gott, er spielt vorher Shotgun. Ja. Stink sauer. Zurecht, stink sauer. Ich glaub, ah ne, er hat nicht das, ähm, Bergsteigerpöck gespielt. Arschloch, Arschloch Shotgun. So, jetzt hab ich's gesagt. Arschloch Shotgun. So, und das ist ihr Vorwurf. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht. Die Reaktion ist natürlich super, ne, ist total viral gegangen, ne. Also, ja, ich hab grad schon gezeigt, wer da alles, wer das alles retweetet hat. Und, äh, sie hat dann auch nochmal darauf Bezug genommen. Und, äh, zwar hat, ups, äh, hat ein, äh, großer Tweet, Twitter-User, Jackie, Jake Sacki heißt der. Der, ähm, ist auch ein News-Reporter, mehr oder weniger, in so Social-Media-Bereich, auch viel im Gaming. Und, äh, dann hat sie irgendwas gepostet, was man leider nicht mehr sieht. Und, da, darauf hat sie aber geantwortet, dass sie ihm eine DM geschickt hat. Dass das nicht der Grund war. Sonder, äh, weil sie hat nämlich, äh, auch von offizieller Seite schon Call-of-Duty-Points bekommen. Ja, also, da, äh, sie, es scheint irgendwie noch der Kontakt zu sein zu Activision, ja. Activision schickt immer wieder an ConnoCreator auch Call-of-Duty-Points raus, damit die sich natürlich was im Shop kaufen und dass die Leute dann sehen und sich vielleicht auch ein Skin kaufen. Und, das Problem ist, und sie hat ihm dann noch nochmal vorgeworfen, dass er, dass er Cloud-Farming macht, also Impression-Farming macht, dass die Leute, ähm, also, dass es einfach ohne Inhalt ist. Obwohl er ja eigentlich nur genau das gepostet hat, was sie geschrieben hat. Es ist halt wirklich schade, dass man jetzt nicht mehr weiß, was er geschrieben hat. Er hat es auf jeden Fall gelöscht. Hat es vielleicht eingesehen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall scheint da noch der Kontakt zu sein. Und, sie war schon bei Turnieren dabei, äh, bevor sie diese Bilder gepostet hat. Es ist auf jeden Fall ihrer Meinung nach der ausschlaggebende Grund dafür, dass sie aus den Turnieren ausgeschlossen wird. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, nein, sie wurde ausgeschlossen, weil sie eine Cheaterin ist. Ja, schreiben sehr, sehr viele. Ähm, dann gibt es auch hier einen kleinen Screenshot. Kein Video. Das postet... Ich versuche das ganz vorsichtig nur zu zeigen. Ihr seht das hier unten. Das hat sie mit ihrer, glaube ich, Verlobten oder Freundin gepostet. Oder es ist auch einfach nur viel Cloud, dass die gar nicht zusammen sind. Und, hier, this is 1000% the craziest video I'm putting up so far. Dass es sogar zwei Minuten geht, wie sie vielleicht rumknutschen, rumkuscheln. Also, es waren jetzt nicht nur Bikini-Fotos, ne. Es ist halt irgendwie... Es ist so dieses typische, ja, ich bin eine Frau und deswegen darf ich nicht mitspielen. Wobei man halt zum Beispiel auch sagen muss, es gibt auch ein Gegenbeispiel, ne. Es gibt ein Gegenbeispiel. Und zwar die Angelika oder einem Angelika. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade ein... Ich bin gerade bei Twitter, ob ich ein Video von ihr finde oder ihren Account. Hier, das ist sie. Sie ist auch eine gute Spielerin. Die spielt aber nie mit diesem... Oh. Die spielt aber nie mit diesem... Ob sie cheatet oder so. Sie zockt halt einfach ganz normal und sie wird eigentlich auch immer eingeladen. Also, sie ist immer dabei. Könnt ihr gerne auschecken. Ich habe auch schon mal gegen sie in einem Ashika-Turnier gespielt mit Chris. Schreibt in den Kommentaren, ob ihr damals dabei wart. Das war das schlimmste Turnier meines Lebens. Ihr Teammate hat irgendwie 35 Kills gemacht oder so. Und wir, Chris und ich, wir hatten zwei. Auch eine... Auch eine Streamerin, die halt... Ne, auch mal so ein Bild postet. Keine Ahnung. Aber auch einfach mal so... Nur zockt. Einfach nur zockt. Und nicht immer ständig dieses... Cheate ich. Ihr seid alle nur neidisch auf mich. Und hier und da. Und ich glaube, das Problem bei Natja ist einfach, dass sie damals, als sie damit angefangen hat, halt super viral gegangen ist. Sie hat sie, glaube ich, innerhalb von sechs Monaten, dann ist sie von 100 Zuschauern auf 5000 Average-Zuschauer bei Twitch gekommen. Ihr seht, sie hat auch immer noch viele Subs, ne? 4.600 Subs. Sie hatte damals dann 12, 15, 20.000 Subscriber bei Twitch. Und ich glaube halt einfach, dass sie dann die Welle geritten ist, ne? Also natürlich wusste sie, dass sie Hate bekommt, aber es hat halt funktioniert mit den Zahlen. Und jetzt im Nachhinein, wenn halt Wozo nicht mehr so krass im Hype ist, klingt das aber... Also heilt das nach, ja? Diese unsympathische Art, dieses... Dieses... Rumnörgeln, dieses... Dieses Thema immer Männer gegen Frauen, bla bla bla. Aber, 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 ne? Da seht ihr, also genau das hat sie auch auf Rebirth immer gemacht. Genau das hat sie auf Rebirth auch immer gemacht. Nur, dass man halt auf Verdans Zeiten zum Warzone 1-Movement noch schneller war. Ne? Deswegen, also, ich bleib dabei, dass sie nicht gecheatet hat. Ähm, und da will ich noch mal ganz kurz appellieren. Das ist genau das Problem an diesem viralen Content, ja? Also es gibt ja immer, es gibt wirklich immer wieder Leute... Ich seh, ich weiß nicht, ob ihr auf TikTok unterwegs seid. Aber so Leute, die Livestreams machen, gleich rasiere ich mir ne Glatze an die Leute, die keinen TikTok benutzen. Da sitzen wirklich Leute im Livestream und haben nen Rasierer an ihren Haaren und sagen, Ey, bei 100 Zuschauer rasiere ich mir die Glatze, machen sie nie. Machen sie nie. Äh, oder keine Ahnung. Ich, äh, weiß ich nicht was. Manche Leute, Leute tun ja wirklich alles für Fame. Manche machen 20 Videos über Aim-Assists und Maus- und Kibbutz-Spieler. Nein, aber, ernsthaft, das ist, äh, das ist halt einfach... Das ist das Problem an diesem Viral-Gehen mit keinem Clean-Content. Es hat sich bei ihr halt wirklich alles immer um dieses Cheaten gedreht und um diese Memes. Und es war halt klar, dass das irgendwann abflacht, vor allem auch wenn WoW so den Hype verliert. Und jetzt sieht man halt, dass sie ein bisschen irrelevant geworden ist, weil sie halt durch ein virales Thema nur Hype bekommen hat. Und ich muss halt wirklich einfach sagen, das ist halt ein bisschen selber schuld. Man hätte auch wirklich einfach ganz normal sein Content machen können. Eine gute Streamerin sein, gut im Spiel sein. Und mein Problem mit ihr ist halt einfach, dass sie so krank uneinsichtig ist. Sie ist so krank uneinsichtig. Sie darf wohl auch ihren eigenen Aussagen, äh, kein eigenes Turnier hosten, weil Activision das freigeben muss, ja. Wenn man, wenn jetzt ein Swag, ein FIFA-Kill, ähm, keine Ahnung, wenn die ein eigenes großes Turnier veranstalten wollen, dann müssen sie das eigentlich mit Activision abklären. Und sie sagt halt, dass sie das nicht darf. Jetzt fragt man sich aber wieder, warum bekommt sie überhaupt Call-of-Duty-Points? Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe vielleicht einen kleinen, ähm, Logik-Fehler hier gehabt. Und war das, das war Modern Warfare 3 Season 1 Cod-Points. Ne, ich wüsste zu gern, was er, was dieser Jackie ihr, oder dieser Jake ihr geschrieben hat, woher, woher sie das dann geschrieben hat. Ähm, that was before Warzone dropped. And then Warzone dropped, I got invited to the 100k Solo-Tourney and send Cod-Points by Activision themselves. Also sie sagt, vielleicht hat sie jetzt frische Videos gepostet. Und bezieht sich darauf, dass sie dann erst bei diesen Videos, äh, nachdem, also bei Warzone kam, dann hat sie eine Einladung bekommen zu einem 100k-Turnier. Und dann hat sie, und dann hat sie, äh, auf einmal keine Inweis mehr bekommen, weil sie vielleicht neue Videos gepostet hat oder so. Äh, so tief stecke ich da jetzt zum Beispiel auch nicht drin. Denn ich höre halt immer nur wieder bei Twitter dieses, ja, man muss ja sagen, wirklich dieses Rumgenörgel, Rumgeheule, dass es an ihrem Geschlecht liegt, dass sie, äh, nicht eingeladen wird, dass es ungerecht ist. Und ich finde halt, das ist ja auch so, ja, ich will jetzt nicht ein zu großes Thema aus, aber jetzt sage ich was ganz Schlimmes. Es ist ja auch dieses Shurioka-Thema mit Kuchen-TV und so. Da geht es ja auch sehr viel darum, dass, äh, dass man selber nie Fehler macht, sondern immer nur die anderen, die bösen sind. Und ich glaube, wenn sie einfach mal anfangen würde, so ein bisschen aus dieser, diese, diese Opferrolle abzulegen, diese, vor allem diese aggressive Opferrolle, dann, äh, dann würde sie, dann würde sie wahrscheinlich auch wieder eingeladen werden. Also, einer in meinem Chat hat auch heute geschrieben, dass, äh, dass er nicht denkt, dass sie, äh, dass sie wegen ihren Bildern ausgeladen wurde, sondern weil sie halt wirklich einfach rumschreit im Stream, stinksauer ist. Da können wir jetzt eigentlich auch mal, schon mal ein bisschen zum Ende hin. Also, sie macht in der Runde 15 Kits, ich weiß jetzt nicht, ob euch das interessiert, äh, nochmal zum Ende zu gucken. Aber ich hab mich, ich hab grad eh ein bisschen hier durchge, durchgeskippt. Und ey, ey, sie brüllt. Übertrieben, pass auf. Also, so kannte ich die gar nicht. Achtung. Wird jetzt ein bisschen laut. Also, so hat sie früher nie gestreept. Ich glaub, sie ist auch ein bisschen knastig allgemein. Also, ich schrei, ich schrei genauso am Stream. Aber bei ihr merkt man halt so, dass das, dass da, dass, na, das ist irgendwie, ne, also, dass sie halt allgemein gestresst ist. Und vielleicht liegt es so ein bisschen daran, wie sie über das Spiel redet. Ich weiß es nicht. Was sie jetzt sagt, das hab ich nämlich auch schon gehört. 14 Kits, by the way. Game ist langweilig, bla bla bla. Aber, aber das, das kann's eigentlich auch nicht sein. Ich weiß noch nicht genau, was sie, was sie meint mit Blacklisted. Ähm, ja, es, ich hab bei ihr ein bisschen das Gefühl, es sind immer die anderen. So, wisst ihr, was ich meine? Es sind immer die anderen. Das ist, das ist mein Problem aktuell. Sie streamt auch nebenbei auf Kick, glaub ich, teilweise. Sie hatte hier auch 6900 Co-Ad-Wagers drin. Ich hab durchgeskippt. Sie hat kein einziges Wager gespielt. Hat aber, muss man dazu sagen, in diesem Stream, ähm, also sie hat 11 oder 10 Stunden gestreamt. Was wirklich auch sehr, sehr lang ist. Ähm, also sie, sie, sie grindet das Game auf jeden Fall aktuell. Hier ist ein Sus-Clip, Clip, erstellt von Nadja. Wahrscheinlich von ihr. Achso, nee, das ist, das ist in dem, ist in dem Turnier. Ich glaub einfach, ich glaub einfach, sie hat sich da ein bisschen zu sehr verrannt in ihrer Cheater-Thematik. Und früher oder später, ähm, ne, ein Hype geht immer weg. Es kommen immer wieder Zeiten, wo es runter geht. Und dann ist halt am besten, wenn du dir organisch deine Reichweite aufgebaut hast. Und nicht vom einen auf den Tag irgendwie viral gegangen bist. Mit diesem ganzen toxischen, dieser ganzen toxischen Mist-Scheiße. Wenn man das so sagen darf. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Was eure Meinung zu Nadja ist. Denkt ihr, sie wurde wirklich aufgrund ihrer Bilder von Turnieren ausgeschlossen? Hat das einen anderen Grund? Ist es vielleicht doch, sind es doch Cheats? Man weiß es ja nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat diese Reaction und dieser News-Report von mir gefallen. Obwohl meine linke Nase die ganze Zeit zu ist. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geschnupft. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Abend. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Lasst einen Puzzle werfen und kostet das Abo da. Wir sehen uns. Ciao, ciao.